Mein Name ist Jonas Kutzmann. Ich arbeite hier als Pflegefachkraft in der Seniorenanrichtung Dornbreite. Ich komme zur Arbeit und dann treffen wir uns zur Übergabe und dann machen wir erst mal die Grundpflege, das heißt die Bewohner wecken, beim Ankleiden helfen oder aus dem Bett mobilisieren. Wir Pflegefachkräfte gehen dann ins Büro und kümmern uns um Tätigkeiten, wie die Ärzte kontaktieren, Medikamente anpassen oder Bestellungen, wenn irgendwelche Verbandsmaterialien fehlen. Dann kümmern wir uns um Behandlungspflegen. Was man für den Job mitbringen sollte, ist auf jeden Fall Herz und Empathiefähigkeit. Also man muss sich in die anderen Menschen hineinversetzen können. Das ist somit das Wichtigste, dass die die Menschlichkeit spüren, die Bewohner. Und man muss sich auch einfach bewusst machen, für die meisten ist es hier die letzte Station. In dem Job kann man sich immer weiterbilden. Man könnte Führungspositionen anstreben, wie Pflegedienstleitung oder auch Heimleiter, was mein persönliches Ziel tatsächlich ist. Was ich am liebsten an meinem Bewohnern mag, ist das zusammen Lachen. Es ist halt einfach schön, wenn man gemeinsam lacht. Auch die Bewohner selbst sind hier sehr lustig, also wenn man sich wirklich mal mit denen hinsetzt und mal kurz unterhält. Die haben tolle Geschichten. Das finde ich auch gerade schön, erweitert meinen Horizont jeden Tag weiter. Was ich immer ganz toll finde, ist Bingo. Bingo darf nicht fehlen, Bingo ist immer dabei. Wir hatten tatsächlich auch mal den Fall, dass keiner da war, der das Bingo machen konnte. Dann haben die Bewohner sich zusammengesetzt und haben das alleine organisiert. Das fand ich total toll. Man tut wirklich was Schönes. Man kriegt halt auch wieder was zurück, ob wenn es nur ein Lächeln ist. Der Job ist erstmal zukunftssicher. Also man findet immer ein Arbeitsplatz. Als Ausgleich in meiner Freizeit bin ich gerne am PC, gehe ich gerne spazieren. Ich mag die Altstadt, gerade die sieben Türme. Das ist für mich einfach meine Heimat hier. Ich fühle mich hier einfach heimisch.